Polizeiberichte Berlin 27. April 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Einsatzkräfte und Fahrzeuge mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen, Tatverdächtige mit Bildern gesucht Nummer 0628. Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einem TikTok-Video bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung der Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch sowie Widerstand gegen Polizeibeamte. Die abgebildeten Personen stehen im Verdacht, in der Silvesternacht, am 1. Januar 2023 gegen 0.20 Uhr in der Brunnenstraße in Gesundbrunnen aus einer 50-70-köpfigen Personengruppe heraus gezielt pyrotechnische Gegenstände gezündet auf vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei geworfen und geschossen zu haben. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtungen. Bericht, Festnahmen nach Diebstahl und Hehlerei Nummer 0629. In der vergangenen Nacht wurden in Wilhelmstadt zwei junge Männer wegen des Verdachts der Hehlerei von zivilen Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 28 Jahren gegen 22 Uhr in der Sandstraße auf frischer Tat gestoppt werden, als sie ein zuvor gestohlenes Fahrrad verkaufen wollten. Der Jugendliche ist nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben worden. Sein Komplize, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, um dort erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Anschließend wurde er dem zuständigen Abschnittskommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Bericht, Kradfahrer mutmaßlich alkoholisiert und unter Drogen. Nummer 0630. In der vergangenen Nacht stürzte ein Kradfahrer in Haselhorst bei einem Verkehrsunfall und verletzte sich dabei am Fuß. Polizeibeamte wurden kurz vor Mitternacht auf den zu schnell fahrenden 33-Jährigen aufmerksam, als er von der Ruhlebender Straße nach rechts in die Klosterstraße abbog und in Richtung Falkenseer Platz weiter fuhr. In der Straße am Juliusturm ignorierte er das Haltsignal der Polizeibeamten, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 33-Jährige verletzte sich am Fuß und kam in ein Krankenhaus. Dort gab der Fahrer an, dass er Alkohol getrunken und zuvor auch Drogen konsumiert habe. Einen Führerschein besitze er nicht. Am Unfallort konnten die Polizisten feststellen, dass das Krad für den Straßenverkehr nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen wurden. Nun muss er sich unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Bericht, schwerer Autounfall mit erheblichen Sachschaden. Nummer 0631 Gestern Nachmittag kam es in Rodo zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto gegen 16.30 Uhr in der Schönefelder Straße in Richtung Stadtgrenze. Er überholte vor der Kreuzung Neuhofer Straße zwei schon wartende Autos und stieß dann mit dem von rechts kommenden Auto eines 52-Jährigen zusammen, der die Neuhofer Straße in Richtung Waltersdorfer Chaussee befuhr. Der Wagen des 21-Jährigen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und prallte gegen zwei parkende Autos in der Schönefelder Straße. Diese wiederum wurden durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg in Zäune und ein Verkehrszeichen gedrückt. Das Auto des 21-Jährigen kam schließlich verkeilt in einem der parkenden Autos schräg zur Fahrbahn zum Stehen. Der 52-jährige Autofahrer stand deutlich unter den Eindruck des Erlebten und klagte über Schmerzen in der Halswirbelsäule. Er wurde am Unfallort in einem Rettungswagen behandelt und danach für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts, dass der unverletzt gebliebene 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben soll, wurde er für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam überführt und anschließend von dort entlassen. Die Unfallstelle war für die Aufnahme und die anschließende Räumung der erheblich beschädigten Fahrzeuge bis etwa 19.15 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, übernommen. Bericht, betrügerische Handwerker, Festnahme eines Trios. Nummer 0632. Weil sie sich unter einem Vorwandzutritt zur Wohnung einer 96-jährigen Schmagendorfer in Verschafft, sie abgelenkt und ihre Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht haben sollen, erließ ein Richter gestern Haftbefehl gegen zwei 27-Jährige. Vorgestern klingelte in den Mittagsstunden das Telefon der hochbetagten Dame. Am anderen Ende, eine angebliche Mitarbeiterin ihrer Hausverwaltung, die ihr das kurzfristige Erscheinen von zwei Handwerkern ankündigte. Es hätte einen Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus in der Doberaner Straße gegeben. Als es kurz darauf an ihrer Wohnungstür klingelte, ließ die 96-Jährige eine Frau und einen Mann in ihre Wohnung. Die baten sie um Mithilfe und hielten sie abgelenkt und beschäftigt, indem sie sie den Wasserhahn auf- und zudrehen ließen. So bemerkte die Frau erst nach kurzer Zeit, dass die vermeintlichen Dienstleistenden ihre Wohnung bereits wieder verlassen hatten. Dass sie soeben von Trickdieben getäuscht wurde, wurde der Frau erst kurz danach schonend durch den Besuch von drei, echten, Polizisten vermittelt. Parallel dazu gelang es weiteren Polizeikräften, das verdächtige Duo und dessen Fahrerin, eine 31-Jährige, festzunehmen. Noch gestern wurden alle drei am Bereitschaftsgericht zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt, gegen die beiden jüngeren Beschuldigten wurde ein solcher auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin erlassen und in Vollzug gesetzt. Die weiteren Ermittlungen durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes dauern an. Geklärt werden soll dabei auch, ob den Tatverdächtigen weitere vergleichbare Taten zuzuordnen sind. Bericht, Tatverdächtiger eines Tötungsdeliktes festgenommen gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin. Nummer 0633. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen heute früh einen Mann in Neuhohen-Schönhausen fest. Gegen 6 Uhr drangen die Spezialisten mit einem gültigen Haftbefehl in die Wohnung des bei der Staatsanwaltschaft als Schwellentäter geführten 19-Jährigen an der Biesenbroer Straße ein. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der 7. Mordkommission und eines Fachkommissariates der Polizeidirektion 3, Ost, die zum dringenden Tatverdacht gegen den 19-Jährigen führten. Er steht im Verdacht, sich am 18. März 2023 in Althohenschönhausen an einer Schlägerei beteiligt zu haben, bei der ein 21-Jähriger getötet wurde und ferner einen schweren Raub am 31. Juli 2022 begangen zu haben. Weitere Einsatzkräfte brachten den mutmaßlichen Verbrecher zur Verkündung des Haftbefehles ins Amtsgericht Hiergarten. Die Ermittlungen dauern an. Erstmeldung Nummer 0392 vom 19. März 2023, 21-Jähriger bei Auseinandersetzung getötet. Eine Mordkommission beim Landeskriminalamt führt seit der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Althohenschönhausen, bei dem ein 21-Jähriger Mann ums Leben kam. Nach dem bisherigen Kenntnisstand gehörte der Verstorbene zu einer 8- bis 10-köpfigen Gruppe heranwachsender und junger Männer, die sich mit einer anderen, deutlich größeren Personengruppe, verabredet hatte und gegen 22.15 Uhr auf dem Vorplatz eines Einkaufzentrums in der Hauptstraße aufeinandertraf. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenbefragungen zufolge sollten dabei Streitigkeiten aus der jüngeren Vergangenheit geklärt werden. Im Laufe der nun folgenden Auseinandersetzung wurde ein 21-Jähriger mutmaßlich durch mindestens einen Messerstich verletzt. Nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte verstarb der Mann noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein weiterer 21-Jähriger, der wie der Verstorbene ebenfalls zu der kleineren Gruppe gehörte, wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags mit der Fahndung nach Tatverdächtigend dauern an.